Grüß Gott, mein Name ist Kathrin Röthig von Remix Immobilien im Herzogpark. Ich freue mich, ich darf Ihnen heute eine Traumimmobilie präsentieren, in allerfeinster Lage im Herzogpark, fast 250 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, grüß Gott, mein Name ist Thomas Röthig von Remix Immobilien im Herzogpark. Bei diesem Juwel können Sie sich auf den Vorbesitzer verlassen, dessen Lebensmaxim erlautete, nur das Beste ist gut genug. Sie finden hier diese Wohnimmobilie in der besten Lage im Herzogpark, nämlich eine Verbindungsstraße zwischen der Pinzenauer und der Marokircher. Das Grundstück hat eine Südwestausrichtung, wo die besten Wohnräume gelegen sind. Die befinden sich in der Belletage im ersten Stock. Sie finden in der Wohnung die besten Materialien verarbeitet, feinster Marmor, bestes Parkett, alles beim Feinsten. Dann geht es nicht. Folgen Sie uns auf einen kleinen Rundgang. Das ist nicht. Also, für Europa war es nicht. wie das muss ich nicht verletzen ist. Das ist das Witz des Inselausschuss. Verge Minis 7-Rundgang. Und dann gehen wir an! Und dann gehen wir an! Und dann gehen wir an! Dann gehen wir an! Und dann gehen wir an! Dann gehen wir an! Untertitelung. BR 2018 Diese Traumwohnung sollten Sie nicht nur im Film, sondern auch im Natura gesehen haben. Wenn Sie die Wohnung besichtigen wollen, melden Sie sich bei uns unter den angegebenen Kontaktdaten. Wir freuen uns. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018